Das neue Pferd von Thompson konnte man ja nur auf Bildern sehen oder diese kleine Animation auf Instagram beobachten. Aber dieses Pferd kannst du jetzt schon reiten. Kostenlos, ohne Bugs und ohne Tricks. Was du brauchst, sind allerdings weitere drei Freunde. Dann kannst du Thompsons Pferd einfach so reiten. Schnappe dir drei Freunde, geh zum Circus-Selt und nimm das Rennen bei Judos an. Und wenn du Glück hast, kannst du das Pferd reiten. Einfach so. Ich hatte unglaublich viel Glück, dass ich dieses Pferd jetzt habe. Und schau dir das an. Wow, ich bin total begeistert. Das ist das neue Pferd von Thompson. Dies hat Stars-Telbe wohl aus Versehen schon veröffentlicht, jetzt für dieses Rennen. Schauen wir uns das Pferd an. Es ist wirklich kohlenschwarz und hat wirklich eine Lavaspur drin. Es leuchtet auch regelrecht. Der Schweif ist auch glühend wie Lava und die Hufe sind auch total orange. Das Besondere daran, dass es wirklich wie der Mund aussieht. So grün und irgendwie ein wenig wie ein Zombie, oder? Auch die Augen leuchten grün. Die Mähne hat auch irgendwas Lava-artiges, oder? Es hat so Wellen drin und irgendwelche so Kringeln. Halt wie so ein Lava-Fluss. Total irre. Ich freue mich so, so sehr. Ich hoffe, das Ganze gibt dir nicht nur eine Vorschau, sondern auch, falls du das Pferd kaufen möchtest, einen guten Einblick, wie das Pferd ist und wie es genau aussieht und läuft. Dies neue Halloween-Pferd wirst du wahrscheinlich auch schon nächsten Mittwoch kaufen können. Aber wenn du jetzt schon mal reiten möchtest, geh los, mach das Rennen. Und mit viel Glück wirst du es dann auch reiten dürfen. Dabei will ich mich unbedingt bedanken bei Luisa, Helene und Laila. Vielen, vielen, vielen Dank euch für diesen Tipp. Sie haben mir den Tipp geschrieben und ich bin fast von Stuhl gefallen. Ich habe es so, so sehr gefreut. Vielen, vielen Dank euch und auch, dass ihr so spontan Zeit hattet, mir bei dem Video zu helfen. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass du viel, viel Spaß haben wirst, dieses Pferd zu reiten. Bis zum nächsten Mal.